Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... Sky Factory 3! Ey, ihr habt das Hühnchen verpasst! Na, ich warte da. Das ist halt Kulao. Oh, ist das süß! Mit Kulao. Oh, ist das süß! Naja, okay. In eine Henne. Eine Henne? Äh, ich guck mal... Nee, äh... Hat einen Kamm, könnte männlich sein. Könnte, sagt sie. Das sagt sie einfach so könnte. Ohne nachzudenken, da sagt sie sofort, könnte ja. Ich werde da auch mal Chicken Bites auslegen. Da ist aber kein Wasser in der Nähe. Also werde ich da mal Wasser hin tun? So, jetzt muss ich gucken, wie... Warum hab ich eigentlich ein Lava-Eimer in der Hand? Warum hast du kein Lava-Eimer... Warum hab ich kein Lava-Eimer in der Hand, ist die Frage. Nein. Wie heißt das Strom? E-U... äh, F-U hast du gesagt. F-E. Okay, gut. F-E. Da muss er eben wie ein Generator oder eben was sein. Dunkelstab-Lock? Nö. Oder wenn ich mal ein Wasser irgendwo klauen? Ja. Item-Puffer? Nein, nein. Die Kürbisse klauen die Diva. Äh, das sehe ich auch nicht. Äh, das ist das Computergehäuse. Äh, das Chicken Bites. Äh, cool. A bite will work in the same move. Out of range, so you don't scare the animals away. Super, das heißt, ich habe diesen Byte da jetzt ausgelegt. Und es kann sein, dass da jetzt noch ein paar Hühner spawnen. Jetzt frage ich mich halt nur, mit welchem Strom ich den Siebter betreiben soll. Keine Ahnung. Wollen wir da jemand helfen? Aua. So, du sagst es F-U, ne? Ja, nicht Hilfe. F-E. F-E. Okay, okay. Wie viel Bites kann ich da jetzt hinlegen? Zwei Stück kann ich jetzt direkt nebeneinander legen. Mal gucken, ob das welches anlockt. Ein Bruchstein-Generator Stufe 3, okay. Ein was? Ein Bruchstein-Generator. Ich würde ja gerne die Nummer sagen, aber es steht keine Nummer dran. Make one cobblestone block every tick. Can put out inventory. Ah, okay, gut. Ich sehe. Ja. Der Byte hat gerade ein zweites Hühnchen angelockt. Jetzt sind es schon zwei. Wenn du ganz genau hinguckst, das eine Hunde mit den Kulleraugen hat jetzt vier Augen dadurch. Vorne die beiden Kulleraugen und seitlich die eigentlichen Augen. Ah. Ist das eklig. Ist das eklig. Na, auf jeden Fall, wir haben jetzt schon zwei Hühner. Und wenn die erwachsen sind, dann könnt ihr ganz viele kleine Hühner machen. Super. Ah, ha, ha, ha. Okay, sagst du davon eigentlich? Was? Animal. Ein Schild. Au. Entschuldigung, das sollte eigentlich gar nicht so sein. Kommt gleich die Rache von Yoshi. Schlimm. Und funktioniert das jetzt mit dem Hammer? Nein, ich brauche den Strom. Achso, ich habe einen Rache. Ich habe einen Rache. Juhu. Er kann Sachen drehen. Nö, ich bin das für ein Baum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn angepflanzt. Guck mal hinter dir. Oh. Ein Stück Papier. Oh, das geht schnell. Merlin. Merlin. Guck mal, wo ich stehe hier in der Mitte. Wie alles das bekommen habe. Schwämme. Hat das netter. Hat das auch netter. Ja. Und ist schon drittes Hund angelockt worden? Nein. Aber die zwei sind ja eh schon super. Eine Rätselnfackel, wo aus ist. Obt denn das Teil da? Bären. Okay. Ich habe einen Erfolg. Hey, hier los. Nimmt euch auch ein Stück. Von dem Baum. Euch ab. Dann habt ihr auch einen Erfolg. Ein Rätselnfackel macht da eigentlich nichts. Ui, okay. So mehr du ihn gibst, desto schneller werden sie erwachsen. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Wie Menschen groß werden. Wenn's Deck. Cobblestone. So, drei Minuten und fünf. Und eine Minute. Eine halbe Minute. Das eine kann dann gleich Mama vom anderen spielen. Aber was ist denn das denn Strom? Jetzt machen wir mal etwa zwei Hammer. Haben wir irgendwo noch Hammer? Nein. Ja, im Invertar von mir. Ich werfe einen runter. Äh, da. Ich brauche einen ganzen Hammer und keinen kaputten Hammer. Ja, okay. Damit konnte ich nicht hin. Tut mir leid. I feel so sorry. Was tut mir leid. 2, 1 und erwachsen. Yay, zwei dicke Hühner. Höp, höp. Mach's keine Hühner. Yay. Ich lasse mich da reinlegen. Fortpflanzungs-Countdown. Also so langsam sollten wir mal anfangen hier mit, äh. Äh. M.E. Ja, das ist lustig. Ja, das ist, äh. Nein, das ist nicht. Okay, die Bytes funktionieren aber nur, wenn du eins, äh, maximal ein Tee in der Nähe ist, also dass du maximal zwei haben kannst. Die Dinger sind nicht überpowered, das ist cool. Das heißt, wir haben jetzt zwei Hühnchen und ein Baby. Und wie eine Enderman-Invasion. Licht-Level, Strom-Hemmer, nur das Ding will nicht. Das ist ja geil. Ah, okay. Der Sieb braucht ein Sieb. Das ist ja logisch. Dann gehen wir den mal an Sieb. Hm, den ganzen Sieb. Werden wir, alles gut? Jupp. Ich hab euch leicht zuizidgefährdet, wenn ich alle Änderungen einmal an mich ranlocke. Einfach was auch runterzuschupfen. Hihi, tschüss. So, jetzt kann das Ding sieb, theoretisch. Das sind sieb drin. Aber das geht ja nicht, wenn das... Ich bin grad alle Endermänner losgeworden. Zwar ohne Enderperlen, aber es sind außer einer alle weg. Es kann da nicht wahr sein, ich check das nicht. Was ist denn? Der E-Fratzen stellt Strom. Welchen Strom will er denn? Strom-Rank? Komische R... Er will F-E. Mal ein? F-E. Oh, wow, bist du so schlau. So, dann müssen wir sicher irgendeine Art Generator oder so kommen. Na, probier mal. Wie ist der Enderman von mir? Ich hab den nichts getan. Oh, 100 Fütterer. Der Enderman ist ein sehr nett. Okay, machen wir einfach mal ein Generator. Ah, ja, das passt ja. Oder Generator. Ich trinke jetzt ein blaues Banner. Oh, wie süß der Herr Klopp mir Herzen auf. Hast du noch nicht gesehen? Da ist ja noch einer. Hühnerschreck. Oh Gott. Ja, den hab ich gerade gemacht. Ja, schau, die vermehren sich. Ja, natürlich vermehren die sich. Okay, was ist das? Kann ich den anlegen? Jetzt müssen wir da bald was machen. Gott, es waren so viele da oben, dass die eine Mobform voll und ganz ausreicht. Kann man das anziehen? Darf ich mal? Ah, doch kann man anziehen. Revent ein Hit K.O.s in der Inventory. Wenn du einmal K.O. gehst, durchschlagen, rettet das dich. Oder so ähnlich. Ah, warte mal. Ich konnte es gerade da anziehen. Die andere Hand tun auch, aber ich kann es da anziehen. Du kannst ja bei den Ringen dieses zweite Inventar öffnen. Da kannst du es auf dem dritten Slot anziehen. Yay. Da bin ich ein Schickimicki Rock. Also die Fahrt, also das Ding ist produktiv. Die Mofan, die ist wirklich sehr gut. Da kommt kein Strahl mehr raus. Oh. Ih, Hühnermist. Oh. Was? Gib, 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 gib. Ich habe da hingeschissen. Oh. Ich habe geklaut. Und das war es mal wieder. Okay, Leute, das war es wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.